Zum vierten Mal in diesem Jahr spendet Rainer Wendel Blut. Den ersten Tropfen muss er schon vorher abgeben. Ein kleiner Piekser in den Finger, dann prüfen Mitarbeiter vom Blutspendedienst den Eisengehalt. Ist er zu niedrig, könnte der Kreislauf verrückt spielen. Wir müssen da den roten Blutfarbstoff, Hämoglobin, ist der Sauerstoffträger im Blut. Und er sollte bei Männern liegen zwischen 13,5 und 18 Gramm pro Deziliter. 16,8 bei Rainer Wendel liegt der Wert genau richtig. Dann noch kurz die Temperatur messen, alles notieren, fertig. Jetzt ist klar, dem Spender aus Mahl geht es gut. Das Blut kann fließen. Es tut nicht weh. Die Nadel empfinde ich nur als Fremdkörper, wie ein Dorn oder so. Immer wieder muss Rainer Wendel den Ball in seiner Hand kneten. Damit es nicht zu langsam wird. Viele haben kalte Hände. Es ist immer so, um diese Jahreszeit ist das ganz häufig, dass das Blut dann während der Spende etwas zu langsam läuft. Und Blut ist ein Qualitätsprodukt. Das muss innerhalb einer gewissen Zeit in diesem Beutel laufen. Der 57-Jährige spendet aus zwei Gründen. Einerseits ist es immer gut, Blut zu spenden. Es wird immer was gebraucht. Und andererseits, ich habe etwas Bluthochdruck. Und das ist sehr gesund zu spenden. Ich spüre das, es ist wie eine Entspannung. Ein halber Liter Blut passt in so einen Beutel. Und nach gut sieben Minuten ist er voll. Nur bei niedrigem Blutdruck dauert es länger. Rainer Wendel darf sich nun ausruhen, zehn Minuten lang. Die kleine Wunde ist in wenigen Tagen verheilt. Jeder Spender bekommt eine Tafel Schokolade mit nach Hause. Das fördert die Blutbildung und die gute Laune. Ich werde mir jetzt ein Brötchen gönnen, eine Tasse Kaffee. Blutspenden macht hungrig. Und Essen ist wichtig, damit der Kreislauf stabil bleibt. Jedes Mal stellen ehrenamtliche Helfer ein Buffet zusammen. Das ist wichtig für den Blutspender, etwas fürs Auge. Dass die auch Spaß haben und die kommen immer gerne wieder und sagen, was haben sie so schön gemacht. Blutspenden darf man von 18 bis 60. Dauerspender sogar länger. Zu ihnen zählt Dietmar Lotze. Seine 114. Blutspende gibt er hier ab. Das hat auch persönliche Gründe. Ich habe auch einen Neffen gehabt, der ist am Herbst operiert worden, in Bad Oeynhausen. Auch da habe ich einmal Blut gespendet oder was. Und es gibt genügend Leute, die es brauchen. Und wenn ich es abgeben kann, dann tue ich es gerne dafür. Und außerdem bin ich Motorradfahrer. Und es kostet nichts und ich habe es immer gut vertragen, das Blutspenden. Und deswegen machen wir weiter, solange es möglich ist. Sogar die Bürgermeisterin lässt sich pieksen. Inzwischen erfährt man ja ständig, dass die Konserven knapp und knapper werden. Und ich reagiere insofern darauf, als ich immer wieder versuche, neue Spender zu gewinnen. Und wenn ich sage, ich selbst habe das jetzt 55 Mal gemacht, dann klingt das sehr überzeugend. Und ist dann auch nicht wirklich schwer, jemanden zu motivieren. Ein Mitarbeiter vom Deutschen Roten Kreuz kümmert sich um die Blutbeutel. Sind sie voll, sind die Bestandteile des Blutes deutlich zu erkennen. Das Plasma ist die Blutflüssigkeit, die setzt sich oben ab. Und die roten Blutzellen, die sind natürlich schwerer, die setzen sich mit der Zeit unten ab. Und deswegen sieht das dann so aus. Und wenn man den Beutel dann wieder einmal bewegt, dann kann man das einmal wieder so vermengen. Und dann sieht es wieder ganz normal rot aus, so wie wir das kennen. Kalte Metallplatten kühlen die Blutbeutel auf 20 Grad herunter. Das ist wichtig, denn Blut ist leicht verderblich. Ungefähr 150 Konserven kommen an diesem Tag zusammen. Die Beutel gehen an die Zentrallager in Münster und Hagen. Dort wird das Blut auf Krankheiten untersucht, damit es danach wieder Leben retten kann.